Willkommen zu einer Runde Overwatch. Wir spielen die Russin. Zaya. Tank. So. Gravitationsbombe. Ne, Gravitonbombe. So rum. Erzeugt ein Gravitationsfeld, das Gegner anzieht. Partikelbarrikade. Projizierte Barriere und die Partikelkanone. Erzeugt eine Schadensbarriere. Okay. Okay. Ah, um. Alles klar. Fünf. Vier. So, Gibraltar. Ja, prima. Stellen sie uns gleich das Geschütz vor die Tür. Mein, die geschütze die Nerven. Jetzt bist du geschützt. Feindliches Geschütz zerstört. Was, Heilung? Die hat mich geschubst. Reinhard, komm. Ah, dein Schild geht gleich kaputt. Mann, der Reinhard muss da zu kriegen sein mit dieser blöden... Jawohl. Okay, weiter. Gehen wir gleich mal hier durch. So. Spawntrappen, ha? Ja, ich höre doch. Das sind die noch alle da vorne. So, wir kommen jetzt von hinten. Zuerst ist die Mercy dran. So, bin ich denn hier wieder alleine? Wo ist denn das Team? Oh, und Reinhardt mit dem Hammer. Ja, kommen sie aber alle. Zumindest habe ich sie weggelockt. Ja, wenn der Reinhardt mit seinem Hammer wischt. Komm, Reaper, wir gehen gemeinsam. Wir zwei beide. Vorwärts. Hey, der Reinhardt hat es aber auf mich abgesehen hier. Aber. Ah, Soldier, komm. Aber ich bin eine alte Russin. Und ich zahle euch das Heim. Ah, du stehst hier. Dem ist aber echt schwer zu treffen. Komm unter meinen Shield. Komm, Tracer. Macht das überhaupt Schaden, das Ding? Das war ein... Und die Mercy ist auch wieder da und heilt. Hö. Ey, nicht ein Viertel Schaden machst du der. Nicht ein Viertel Schaden, weißt du? Das ist echt blöd, wenn die Mercy dahinter steht. Komm rein, ein Schild ist gleich kaputt. Oh, die Mercy ist echt gut bei denen. Aber wir haben ihn trotzdem. Jawoll. Oh, haben sie schon wieder ein Geschütz da oben aufgebaut. Reinhardt. 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 So, der kriegt jetzt alles ab. Schon wieder Reinhard. So, zockt dir das Energie? Ah, da oben steht er. Tja, Tracer, immer vor die Wand. Komm Reinhardt. Wir zwei beide. Hä? Siehst du, dein Schild hält nicht lange. Aber sie gefällt mir. Oh, da kommt Torfjan mit einem Schmelzkern oder wie das war. Du hast da immer auf mich abgesehen und ziehst die letzten Male aber immer den Kürzeren. Und dann wirst du auch noch wiederbelebt. Reinhardt ist schon wieder gefallen. Jetzt geht es aber hier zu. Oh, Reinhardt schon wieder. Wer ist da oben? Torfjan da oben? Reinhardt schubst mich. Und Reinhardt ist wieder tot. Das war Mercy, oder? Jetzt bist du geschützt. Jetzt bist du geschützt. ja klar ja ich bin auch gut zu treffen ich bin ja so breit oh betäubt echt jetzt niederlage schade 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 aber war eine gute runde hat mir gefallen das war gut okay kriegst du auch kriegst bestimmt episch doch okay zwölf eliminierung vier tode und noch ganz knapp die 21 verpasst na gut wir sehen uns in der nächsten folge bis dahin servus und macht's gut okay 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 okay